Hochzeit ist ja echt so ein schwieriges Thema für mich, muss ich wirklich kurz, also ich war bei einer Hochzeit mal eingeladen mit meiner besten Freundin Brittany Ja, mit der ich immer zu Kunden einkaufen und da war ich ein bisschen sauer gewesen, weil die als erstes geheiratet hat, wisst ihr, und da war ich echt sauer Ich meine, sonst werde ich immer nur zu Hochzeiten eingeladen, um die Büchsen leer zu fressen Die dann hinten am Auto hängen, wisst ihr, und Ich meine, nee, ich möchte halt wirklich mal so, nein, wehe Ich möchte wirklich mal so, nee Ey, so eine schöne Hochzeit mit so einem Prinzen, wisst ihr, ich meine, den einzelnen Antrag, zu dem ich bisher gesagt habe, war der von Hartz IV Und, äh Ich bin dann dahin und die Hochzeit, die hat, vorher ging die mir extrem monatelang auf den Keks, oh, heiraten und so Hat sie mal gesagt, ja, sie will bei ihrer Hochzeit aussehen wie Lady Di Saß auch, allerdings nach dem Unfall